Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Retro-Mittwoch. Heute schauen wir uns, ja, für mich, damals der Urvater des Gran Turismo, kann man so sagen. Und zwar nichts anderes als Street Rod. Ich hab das Spiel auch... Ja, erstmal mehr die Musik. So, jetzt kommt die Passwortabfrage. Die dürfte ja normalerweise jetzt wegfallen. Genau. Ich muss mal eben ein bisschen leiser machen. Jetzt ist doch ein wenig arg laut hier. Ich glaube, es ist ein wenig leise. Einigen wir uns auf nicht ganz die Mitte, aber so. So, Name. Man kann keine Grundschreibung machen. Okay, der war es. Klasse 3 Führerschein. So, was wir noch unterschreiben. So, worum geht's denn im Spiel? Also, ich hab hier mal wieder, wie jedes Mal, mir eine Zeitschrift rausgesucht. Diesmal die ASM, also aktuell der Softwaremarkt, wenn wir sie noch kennen von früher. Hier ist das Spiel getestet und hat in Preis-Leistung eine 7 von 12. Was mich da ein bisschen wundert. Ich dachte, es ist immer so, es geht bis 10. Grafik 10, Sound 7, Spielablauf. Seltsamerweise 06, Motivation auch 06, Preis-Leistung 7. Also, ich find's super interessant. Man hat, es geht um Folgendes. Man muss, das spielt so in den, ja, wie man hört, so in den 50ern. Und man muss, ja, Autorennen fahren. So, illegale Straßenrennen. Und das mit allen möglichen, ja, schicken Karren. Wir haben jetzt am Anfang 750 Dollar und wir können uns jetzt ein Auto kaufen. Erstmal nur gebraucht, natürlich. Ich hab jetzt gerade mal auch überhaupt keine Ahnung hier. Also, ich kaufe jetzt wahrscheinlich irgendeinen Müll und alle werden sagen, oh mein Gott, das will, was macht er denn da? Aber, äh, es ist ewig her. Der hat jetzt mal jetzt einen neuen Reifen. Hm. Das ist ein V8. Dodge, ähm, Ford. Was haben wir denn noch so schönes? Necke oder necke, run, Automatic, nein. Mh. Achso, ups. Jetzt bin ich in unsere Garage gegangen. Äh, da wollte ich noch gar nicht hin. Wieder zurück in die Zeitung, so. Also. Chevy. Ich glaube, es wird dieser Dodge hier. Mit neuen Reifen. Zeig mal, wie sieht er denn aus? Boah, das ist schon Porno, ne? Auch ne Porno-Farbe. Hm. Weiß ja nicht. Vergiss es. Dann gucken wir uns doch mal zum Vergleich. Ich geh nochmal den Ford an. Auch nicht so ganz meinen. Das sind jetzt Autoteile gebrauchte. Was haben wir denn hier noch für ein Chevy? Oh, nee. Vergiss es. Wir bleiben doch beim, äh, wir kaufen uns den Dodge. Wie gesagt. Äh, diesmal ist er da noch eine andere Farbe. Äh, dann im Wegen. Okay. So, wir haben uns unser erstes Auto gekauft. Was passiert? Da kommt er. So, das ist unser Auto. So, gucken wir mal was. Was können wir denn noch machen? Also, wie gesagt, ich hab's jetzt nicht angespült. Ich mach's jetzt einfach wieder. Wanna drink? Nein. Don't drink and drive, oder? Don't drink and drive. Ja, haha. Da steht da sogar. Change Tires. Ähm. Sind neue Reifen drauf. Äh, new paint. Nein, brauchen wir eigentlich auch nicht. One tank. Brauchen wir auch nicht. Was haben wir denn? K-Info. Gucken wir doch mal rein. So, V8 Engine. Fits all. Also passt alles. Ist alles neu. Automatic transmission Chrysler. Reifen auch neu. Vier Galonen sind drin. Maximale Speed. 94 Meilen. Das hört sich doch alles schon mal erstmal gar nicht so verkehrt an. So, wir machen erstmal die Musik aus. So, sonst werde ich hier wahnsinnig. Die ist zwar ganz cool, aber nervt dann doch ein bisschen. Sticker. Das habe ich früher immer sehr gerne gemacht. Sticker draufgepackt. Ups, was? Switch. Achso, wir könnten hier oben genau, wenn wir draufklicken, dann wechseln wir nur, falls wir noch mehr Autos draußen rumstehen haben. Haben wir aber jetzt nicht. So, wir können mal hier unter die Motorhaube schauen. So, das ist der Motor. Man könnte jetzt die Schrauben hier abmachen. Und dann das Teil entfernen und einen anderen, ich weiß gar nicht, was das jetzt ist, gerade mal Zylinder drauf. Keine Ahnung. Also, man kann hier auf jeden Fall einiges tunen, wenn man was hätte. Wir haben aber nichts. Also, sagen wir mal kurz dann. Dann gucken wir uns nochmal rein, nicht das, äh... Doch, natürlich. Jetzt werden wir nämlich wieder drauf. Achso, mit Parts wahrscheinlich. So. Und da haben wir dann noch... So, wir lassen das erstmal so. Wir gucken mal auf Tuning. Da kann man nämlich noch irgendwas mit den Drehzahlen einstellen. Ich finde, so hört er sich sehr gut an. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich finde, vom Sound her, hört es sich auf jeden Fall gut an. Ich spiele es jetzt auch so, wie ich wiederhole mich da jetzt, aber ich spiele es jetzt so, wie ich es früher auch gespielt habe. Und zur damaligen Zeit war ich des Englischen noch nicht mächtig. Man hat es einfach durch komplettes Ausprobieren gemacht. Set of Parts, nein. Ja, und ich könnte nur mal tanken. Ich glaube, jetzt fangen wir mal zur Tankstelle, ne? Oh Gott. Kann ich lenken. Ne, das hat er automatisch gemacht, okay. So, da ist die Tankstelle. Ich höre irgendwie nichts mehr. Ist jetzt der Sound kaputt? Gucken wir nochmal. Enabled, enabled. Ich höre nichts mehr. Das ist natürlich jetzt... Ah, jetzt höre ich wieder. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber der Sound geht wieder. Ja, das waren sozusagen die drei 3D-Fähigkeiten des Amigas. Gibt es dann natürlich bei Stunt Race FX oder so, gibt es halt doch die noch viel schönere Ansichten. So, Hit the Street. The Roof, genau. Wir können das jetzt flacher machen. Ne, das ist schon flach, ne? Top ist, glaube ich, wieder hoch. Ne, das wollen wir natürlich nicht. Rear Bumper, Front Bumper. Wir brauchen keinen Bumper vorne. Hinten auch ab. Kostet zwar jetzt unnötig Geld, aber... Sieht auch viel cooler aus. Kann man nicht auch noch das Getriebe machen? Da, Transmission. Könnte man auch wechseln. Haben wir jetzt natürlich aber auch keine. Also bleibt das Ganze so. Und jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir mal Hit the Street. Cruisentown. Wo fährt er jetzt hin? Jetzt werden wir, glaube ich, zu diesem... Zu diesem Treff. Genau, das ist jetzt dieses Diner. Mir kommen jetzt immer welche vorbeigefahren, wenn man ein bisschen wartet. Sonst kann man hier auch nichts machen. Kommen einfach gleich Autos und die kann man zum Rennen herausfordern. So, da kommt einer. Bill. Bill sieht mir ein bisschen... Bisschen zu übermotorisiert aus. Bill. Bill. Darf wieder fahren. Ja. Dann gucken wir mal. Guck mal, wie lässig er da steht. Pontiac Silver Streak. Wow. Ach, wir versuchen es einfach mal. Und zwar machen wir ein Drag-Rennen. Oh, um 10 Dollar. Cool. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie die Steuerung geht, das wäre natürlich optimal. Ich weiß nicht, ob das Pad funktioniert. Das Pad funktioniert nicht. So wäre es richtig gewesen. Okay, jetzt weiß ich auch, wie man lenkt. Einfach mit den Pfeiltasten. Und da es sich um ein Drag-Rennen handelt, geht es eigentlich auch nur geradeaus. Dürfte eigentlich nicht viel schieflaufen. Ist das eine Automatik? Ja, ne? Ja, wir fahren ja schon Vollspeed. Okay, die Zähne haben wir natürlich verloren. Okay. Das ist aber auch der Steuerung zuzuschreiben. Die haben ja auch alle Karren hier. Wir haben hier Drag Race 10. Will er nicht? Okay. Da fährt er mir rein, der Arsch. Hat er das mitgekriegt? Ja, ne? Okay. Am Ende können wir natürlich in der Endgeschwindigkeit, ganz zieht er uns auch nicht davon. Aber wir haben trotzdem keine Chance. Okay. Wir gucken uns noch einen an, aber ich glaube, fast da haben wir keine Chance. Da kommt nochmal um 10er. Wir lassen ihn jetzt einfach gar nicht vorbei. Jetzt ist er vorbei. Verdammt. Ja, wenn man mit der mit der Höchstgeschwindigkeit Geschwindigkeit haben wir keine Schnitte, wie man sieht. Das Blöde ist, jetzt hat man wahrscheinlich auch wieder zu viel Geld hier verloren. Als dass wir uns doch Teile kaufen könnten. Und das war früher auch schon immer eine große Schwierigkeit. Ja, gucken wir mal in der Zeitung. Schlecht sieht er ja nicht aus. Aber wenn man die anderen sieht, ist das natürlich was anderes. Auto Parts. So, das muss natürlich irgendwie was heißt denn hier cu.in Ja, für 50 Dollar können wir uns da nichts leisten eigentlich, ne? Tja. Damit ist die Geschichte glaube ich auch leider schon wieder gelaufen. also ich hoffe ich habe euch auch wenn es so mal zumindest zumindest zeigen können worum sich das Spiel hier dreht. Also Dragrennen man kann ach jetzt fahren wir noch einmal noch einmal zurück und dann machen wir mal ein normales street rennen dann zeige ich euch mal wie das aussieht das ist dann halt mit viel mehr Lenken auch verbunden Dragrennen geradeaus normales Rennen so warten wir mal da kommt da einer sieht gar nicht so verkehrt aus so 25 Dollar wir können auch um das Auto fahren machen wir das doch einfach er möchte nicht ums Auto fahren da hat er Schiss gehabt mit dem will er der will wahrscheinlich auch nicht ums Auto fahren doch oh Gott habe ich mich da reingelassen wieso kommen wir so gut weg und sehen ihn nicht mehr im Spiegel sollten wir das doch tatsächlich gewinnen und noch fahren keine Kurven da aber da kommen die ersten Kurven das sind die Kurven nehmen wir ja mal ganz locker ich glaube wir gewinnen vielleicht oh da kommt er wieso kommt er auf einmal der soll jetzt bloß nicht hier auf den letzten Metern ich weiß natürlich nicht wie lange das jetzt hier noch geht aber der hängt uns ganz knallhart hinten dran wo ist das Ziel das war nicht das Ziel nicht so viel im Rückspiegel gucken aber doch ein bisschen ich werde ihn nicht vorbeilassen ich weiß gar nicht wie lange das jetzt hier geht oh Gott was war das ich glaube der war einfach auf einfach auf gleicher Höhe und ich glaube wir haben verloren oder ja wir haben gewonnen sehr gut wie auch immer das passiert ist ja und jetzt jetzt sind wir an der Sonnenseite jetzt können wir einfach gucken was mit der Karre ist ob wir die behalten oder wir können die verkaufen gehe ich von aus so hier können wir nämlich das ist unser anderer gewesen der Karre haben wir tatsächlich gewonnen das gibt es überhaupt nicht so K-Info das ist ja alles schon ein bisschen angeschlagen jetzt V8 Engine Chrysler Chrysler ich möchte jetzt ich glaube die Corvette verkaufen wie viel wollen wir dafür ähm 1200 ok haben wir sie verkauft und jetzt haben wir wieder richtig Kohle ok dann gucken wir mal also das ist ein Chrysler 4 4 bla 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 Autoparts Ford Chrysler wie neu das sind glaube ich die PS kann das sein und wir haben jetzt so jetzt kommt es nämlich ich glaube da so funktioniert so läuft der Hase ja nämlich 285 PS vermute ich mal wenn das PS sind und jetzt kaufen wir einfach einen stärkeren Chrysler da das ist schon den haben wir schon in die Runde genommen hier ist der andere mit 400 Rebuild Chrysler ja dann nennen wir den noch probieren wir doch einfach mal aus war das Ding da haben wir einen neuen Motor gekauft dann setzen wir den noch mal ein würde ich sagen dafür müssen wir jetzt erstmal das wieder auseinanderschrauben der Motor ist nur mit einer Schraube festgemacht und das Kabel müssen wir abziehen so Parts das ist unser neuer Motor so passt das Ding drauf und da kommt okay so wir sind erstmal fertig und gucken mal ob wir hier so ein Doppel was gibt es da kann ich mich nicht mehr erinnern wir fallen natürlich die Namen nicht ein das ist natürlich schön peinlich Transmission nein was ist denn ja GM9 Chrysler wir kaufen mal hier so ein Racing Ding ich wollte auch gucken was das ist äh da Racing Slicks wir kaufen wir auch mal ich habe keine Ahnung ob das jetzt gut war was wir hier machen ich habe mir irgendwas Racing Technisches gekauft und noch irgendwas Racing Technisches so passt das nein dann bauen wir das Ding mal wieder ab und gucken ob da genau so 4K 4K fits all ok da brauchen wir jetzt natürlich zwei von kaufen wir noch eins die kann man auch nicht mehr leisten das haben wir jetzt wenn wir schon Racing dann Racing richtig oder ich hoffe das passt ach guck mal da guckt er jetzt raus cool cool der kommt wieder ab und der kommt drauf ok ich glaube das war ganz gut was wir gemacht haben jetzt gucken wir nochmal wie der Motor läuft ich glaube so ist gut oder ich habe keine Ahnung für mich hört sich das gut an so wie sieht er jetzt aus ja ok dann gucken wir mal ob wir jetzt mal hier beim Dreck rennen ach wir haben die Reifen nicht drauf gezogen scheiße die Racing Slicks das machen wir natürlich noch also fahren wir wieder zurück zur Garage das ist wie gesagt fährt jetzt an der Stelle fährt er übrigens automatisch so Reifen wollten wir wechseln haben wir extra gekauft Racing Slicks New das ist immer ein Wagenheber oder wir brauchen schon Hebebühnen ach ja es werden auch übrigens nur zwei Reifen gewechselt die hinteren machen wir nicht das sieht doch cool aus oder ok dann versuchen wir mal unser Glück so 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 was kommt denn da ein 1938er sieht auch fies aus aber ich versuche mal für 10er sieht erst mal gut aus das ist auf jeden fall schon mal unterschied der neue motor der bringt wir können natürlich jetzt versuchen wir dann rennen um unseren wagen zu fahren aber wenn wir da verlieren dann war es das mal gucken beim zweiten klick macht das irgendwie immer doch sieht ja erst mal eindeutig aus aber das war ja vorhin auch nicht anders und dann kam er am ende doch noch ja da ist er schon wieder im rückspiegel und da ist aber auch schon wieder weg jetzt hat er das spiel für sound gekriegt und nicht auf den zweiten bildschirm gucken mit in einem rennen so die sounds hat es hat es eine 7 gekriegt ich finde den sound hier extrem nervig naja das mag auch daran liegen Amiga hat man früher nicht mit Kopfhörer gespielt würde ich mal behaupten und aus dem lautsprecher des fernsehers oder wo auch immer man den Amiga angeschlossen hatte an dem monitor das war dann schon eine andere sache als über Kopfhörer direkt dieses Geräusch in den Ohren zu hören so zwei Minuten ganz ordentliche Durchschnittsgeschwindigkeit und wir sind der Besitzer eines des neuen Autos mal wieder nicht schlecht das können wir direkt verticken das ist natürlich ich habe auch keine ahnung was man dafür nehmen kann was ist das denn 1957er T-Bird was hat er denn 351 PS auch nicht schlecht Ford 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 oder was besseres finde ich hier aber auch gerade nicht was ist das denn Schick, vergiss es. So, mal gucken. Haben wir hier ein T-Bird drin? Correct, correct, correct. Mercury. T-Bird da unten. 3.350. Okay. Versuchen wir einfach mal die Karte für 3.000 zu verkaufen. T-Bird. Sell. 3.000. No. 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 Verdammt. 2.900. 2.800. Nein. Nein. Na ja. Mehr als. Ja dann. Versuchen wir mal 2.800. Und verkauft. 2.800? Ja, war richtig, ne? Oder habe ich jetzt irgendwie zu wenig genommen? Okay. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man noch mehr machen? Gibt es noch irgendwas, was Größeres, was Besonderes? ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal in den Kalender. Da ist auch nur so ein Racing-Kalender halt, ne? Tja. Können wir tanken fahren. Und dann würde ich sagen, äh, haben wir auch genug reingeschnuppert. Und ja, es macht auf jeden Fall Laune. Das haben wir, ich weiß nicht, es gibt bestimmt noch mehr Content, also, ihr könnt euch ja mal andere Let's Plays angucken, die haben das bestimmt mehr drauf. Aber ich wollte einfach mal so meine Erfahrungen zeigen, die ich damals auch gemacht habe. Ich glaube aber so, so gut wie heute war ich damals auch nicht. Nicht immer. Also, ich mag mich jetzt täuschen, aber ich glaube, das ist heute auch nicht ganz gut geklappt. Tanken. Und da ist der Ton wieder weg. Gut, ja, alles klar, mit dem Tankbildschirm verabschiede ich mich dann und sage, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!